Okay, herzlich willkommen wieder zum dritten Part, oder was haben wir dritten Part? Keine Ahnung, dritten Part. Ja, dritten Part von Portal. Wir haben ja immer noch zweite Test Chamber, wo wir vorhin aufgehört haben. Mhm, genau. Ich sehe klar. Voll egal. Ihr könnt übrigens in die Videos auch mal anspringen, also von Part 1 zu Part 5 zu Part 2 in meiner Portal 2 Playlist. Yay. Yay. Das kannst du übrigens auch noch auf YouTube Playlists. Okay, das habe ich schon kapiert, jetzt da. Ach, so machen wir das. Schau her. Die sind geil. Da durch, spring eine, da eine. Genau, und es bleibt einfach dort drin. Okay. Das ist cool. So, jetzt musst du nur da sein. Genau, und jetzt musst du es gut machen. Genau. Oh. Nein, Moment, du musst erst da oben und da unten machen. Ah ja, stimmt. Mal bin ich verletzt. Und dann das, äh, äh, dunkelblaue da, äh, verändern. Und die ist schon der aktiver. Aber zuerst den Knopfdrucker, weil sonst haut es mit, genau. Yeah. Yeah. So. Ja. Ach, das ist voll geil, gell. Ja. 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 Jetzt sind wir, jetzt sind wir sehr enttäuscht, weil wir nicht gefailten. Das ist schon schuld, oder? Das ist schon schuld, oder? Das ist schlimm. Nein. Ladebildschirm. Oh, weiter geht's. Level 3. Okay, das wird lustig. Oh. Aber du musst das mit Ome-Kämmer, oder? Äh, ja, da käme ich nicht. Wie kann man denn da anlaufen immer? Du musst mir irgendwo Schwung aufbauen, was zu schauen. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da. Steckst du rein? Ja. Piu. Wunderbar. Warte, ich druck das. Genau, dann holst du das Ding und kommst wieder. Dann jetzt laufst du aber nicht da durch, ich weiß nicht. Oh, sorry. Super. Ich hab mir grad überlegt, scheiße, der fällt da oben, oder? Ja. Okay, nochmal. Oh, geil. Ich hab grad überlegt, der fällt da durch, oder? Und warnt nicht was. Oh, was war das? Das war nicht nur. Nochmal. Ja. Ganz richtig. So. So, jetzt bin ich irgendwie von dem Scheissschalter nicht mehr weg. Jetzt machen wir das rote Portal da. Ähm, lol. Das hab ich eigentlich gemacht. Hm. Jetzt rüber. Ja, genau. So, jetzt wird ganz kurz. Piu. Ja, jetzt. So, nochmal. Ähm, jetzt musst du da hin. Ja. Kann man da durch? Ja. Warten. Wow. Fünf jedes Mal. Voll geil. Geil. Ach. So, du warte jetzt bitte da. Nein, Lukas. Nein. So, das gibt's bei den Auffahr. Geh da her. Ja, hoppen. Und jetzt kannst du einfach ganz gepflegt kämen. Geh da her. Geh da her. Du hast jetzt nichts mehr dabei, was wichtig ist. Und du hast das Portal da. Aha. Du machst ja dein eigenes Portal. Ja, mein eigenes ist völlig schiener. Genau. Ist noch blau. Genau. Und es artet immer so aus, weißt. Jedes Mal. Ja. Und bei der nächsten Pause, äh, ist ich mein Keks. Mhm. Ist eine gute Idee. In der nächsten Stream-Pause ist ich mein Keks. Aufnahmepause. Äh, Aufnahmepause. Und ich muss in der nächsten Aufnahmepause auch mal kurz weg. Das kann ich auch mal ankündigen in der Folge, damit die Tuse ja wissen, was sie in der Pause machen. Hä? Hä? Äh. 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 Aber das ist cool. Kann man da genau abfallen? Schau mal, mach du das mal ganz kurz. Und dann, lass mich mal kurz überlegen, welche Taste war denn das? Genau. Und du musst dann, lass mich mal kurz überlegen. Ja. Auf irgendeinwanns aufhören. Du musst dann auf irgendeinwanns aufhören. Ja. Kann ich da unten irgendwo kurz nach Hause nicht sitzen? Ja. Ich muss da unten irgendwo kurz nach Hause nicht sitzen. Das heißt ich muss da unten und du musst da unten. Und du musst da untenucken. Und so eben. Und so eben. Die kann du da ganz machen, weil so wohl die da irgendwie da like macht und die da durch ihr folle, dann ist es sofort wieder wegwürzt. Ja das kann bloß da entgegengesetzt die spieler da mohre, okay. Genau. Aha. jetzt schön ganz kurz die macht es einfach mal dort und sie das bringt man nicht sehen ist die Sprecher mehr auf wie du juckst mir dann doch der Hellblaus juckst du mir dann du mein Dunkelblau juckst mir jetzt einfach noch einmal der Scheiß das Hellblau Jürgen der Verkauf der Scheiße Super okay jetzt erwartet was du hättest machen müssen war das Dunkelblaue dann da umsetzen genau dann kannst du da auf dann kann genau und das machst du mal Partner na ja geht schon das andere da ich hab's gerade noch gesetzt das war da hast du schon sorry oh du kannst echt gar nix so so now yeah 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 oh ja wie viele Bälle das sind juggling test in 3 2 1 juggling test juggling test juggling test juggling test ja ja juggling test das ist beim Fußball wenn man mit was das geht nicht oder so ah wot ach schmeißen wir den in die Maschinen ah das geht nicht gell nein das geht nicht so ja kaputt Ok, wir haben noch das nächste Rätsel. Ja, wir haben ja gerade bei Summa 30, also 10 Minuten Parts dürfen schon werden eher 12 Minuten oder so. Ja ja, am besten 15 aber, ja. Bis jetzt haben wir einmal einen 10 Minuten Part und einmal einen 15 Minuten Part oder einen 17 Minuten Part. Genau so, wir wollen uns ja auch nicht überfordern. Genau, jetzt schau dir das an. Tu das mal weg gerade da. Warte, schau mir mal schnell zu. Ja. Sehst du das? Ja, das haut zu viel. Warte, mach es nochmal, dann kann ich auch nicht zoomen. Warte, können wir sie da nochmal schnell irgendwie so machen. Ja, das schaut voll gut aus. Das habe ich vorhin gemeint, das weißt du schon, wenn sie ihn voll an Deck ohne haut. Ja, super. Und hinten an der Wendt hat sie mich wieder zaut. Ja, ja. Aua. Scheiße. Wie hätten wir da... Jemand hätte da... Jemand hätte da portal sitzen müssen. Ja, das hätte jemand da müssen, ja. Gott sei. Du musst nochmal zurückgehen und nochmal da hin und da drinnen hin. Du wirst schon da. Mhm. Und dann springst du da durch. Ah, verbisser. Und jetzt sagt, warte. Jetzt setzt du. Chill, ich muss jetzt da irgendwie durch. Wir waren das. Du musst jetzt irgendwo OBI fallen oder sowas. Nein, ich muss zu trennen mit Schwung aufbauen, in dem ich... Desto und Desto sitz. Und Desto, Desto. Genau. Nein, du musst aber Oberspringen und auf D-Seiten und da geht es nicht so. Und dort hier sitzen. Nein, das ist dunkelblau. Ich muss auf der anderen Seite von dem Ding. Also da hin. Genau. Und jetzt war es ganz gut, bis ich dort herflogen bin. Mhm. Ja. Fui. Und jetzt seit, mach ich mein GAPES. Nehmei rauf da her. Und jetzt springst du da nochmal durch. Also durch den Verschleuniger, wirst du schon. Ohne irgendwas zu setzen, weil die Portale OBI zieht. Genau. Ich bin vor dir. Sonst du den direkten Weg genommen. Nein. Ja. Ja. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. Oh, jetzt muss ich dort. Yeah. Ach, ich hätte da wieder ein Portal sitzen müssen. Jetzt bin ich ja eh gesperrt. Ich bin eh gesperrt, scheiße. Wie käme du heute aus? Ah, jetzt. Na, passt schon. Das. Au, die zerquetschen mich. Ich wirst dazwischen drin. Ähm, chill mal kurz, was es denn noch drin hat. Da. Zwei Portalflächen. Oh, angewinkelte. Die und auch glory. Dann du es. Dann sitzt beide Portale auf die beiden Dinge hier. Und dann warst du wieder drin, ganz kurz. Aber ich muss ja da weggehe. Wir müssen da Würfel aufstellen. Der übrigens da Oma ist. Schau mal Tab auf meinem Bildschirm. Da Oma war der Würfel. Wie aktiviert man die Portale? Dann ist man sehr stark. Chill kurz. Ah, und dann. Genau. Okay. Okay. So, und jetzt muss ich, muss ich da hier und chill kurz. Oh, die live Einblendung ist ja gut die Idee. Nicht? Ja. Du musst aber da nochmal. Ja. Ja. Ich kann die Würfel nicht mitnehmen. Ja. Dann lassen wir ihn mir aussehen. Nein. Also du musst, du musst mir jetzt den Würfel aufvergeben, Schnee. Mhm. So. Genau. Genau. Und jetzt kann ich den Würfel herstellen. Dann muss ich ihn so und so. Genau. Und jetzt ist ihn so und so. Und jetzt ist ihn so und so. Passt. Fertig. Und ihn muss da her und da her, soweit ich das jetzt richtig verstanden hab. Mhm. Yay. Und jetzt bin ich da. Wow. Okay. Okay. So und. Du kannst jetzt im Grunde einfach da reinsteigen. Spring aus da, da rein. Genau. Ah, das war jetzt nicht schlau. LOL. Jetzt geht's mehr. Ah, jetzt. LOL. Geh mal zu da. Weißt du, was ich jetzt mach? Dies. Das würde die Gruppe dir machen. Du musst mal schauen, was dir deine macht. Geh mal einen Schritt raus da. So, schau dir. Schau dir mal genau auf, was du machen jetzt. Mach mal einen Cut. Mach mal einen Cut. Genau. Also. Äh, ja. Wir wünschen euch jetzt so viel Spaß bei einem, äh, restlichen Tag. Wir wünschen euch jetzt so viel Spaß bei einem, äh, restlichen Tag. Und dann ist das so. Und nächstes Mal geht's weiter mit dem nächsten Level. Und was sagst du dazu? Ja. Hoigas. Hoigas. Okay, dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.